Hallo und willkommen zurück bei Shadow Warrior. Ja, wir haben Hoji aus dem Schattenreich gerettet. Und sind jetzt hier wieder bei Silla im Vorgarten. Und töten fröhlich unsere Kanickel hier. So, Tag! Ach Gott. Na? Äh, uh, Geld nehmen wir natürlich mit. Oh. Nehmen wir auch. Deswegen erst mal wieder hier alles, alles einsammeln. Können wir alles gebrauchen. Geht's hier weiter? Nö. Ah, hier geht's weiter. Aber, äh, wo... Achso, da müssen wir raus. Okay, dann müssen wir... Ist ja eigentlich hier wurscht, oder? Hier geht's ja auch nur noch draußen. Nur halt hier zu nem Nebeneingang, oder Ausgang. Okay. Wack, wack. Irgendjemand, der hier auf uns wartet? Ne, da kommen wir nicht durch. Äh, da ist noch kein Wasser drin. Nix, nix. Okay. Ja, ein bisschen Munition. Wie sieht's eigentlich munitionstechnisch aus? Hör ich mal her. Voll. 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 Sieht auch voll aus. Ja. Denk ich auch voll. Ja, und Herz. Herz und Trübe. Okay. Na, dann geht's... Geht's hier wohl weiter? Ja. Ach. Okay. Nicht gut. Ah. Ah. Na, shit. Äh, ne, da kommen wir auch nicht drüber. Verdammte Axt. Ah, ich will zu dem Schamanen darüber kommen. Oh, shit. Okay, schnell heilen. Heilen, 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 heilen. Da ist der... Au, verdammt. Äh, na, komm. Sprich mal hier drüber. Äh, ist der... Au, scheiß Schamane tot. Äh, okay. Okay. Das war das. Ach, da kommt doch die hier wieder. Okay. The path of justice is bloody. Äh, ha. Wenn du es sagst. Eieieieiei. Okay, also wir müssen irgendwie auch mal mit den Köpfen da irgendwie was anfangen. Okay, also das waren zwei von den dicken Brüdern und ein Schamane. Kommen wir hier runter. Kommen wir hier runter? Gibt's hier unten noch irgendwas zu sehen? Äh, was war das? Äh, nee. Kommen wir nicht runter. Ich will mal nur gucken, ob wir hier noch irgendwo was tolles finden. Ich würde bestimmt hier irgendwas finden, aber ich stelle mich ja hier wieder ausgesprochen doof an. Äh, nö. Äh, nö. Das glaube ich auch nix und da auch nicht. Gut dann. Ja, dann gehen wir mal gucken, was da in der Hütte los ist. Okay. Ganz dicke Panzerung. Äh, oh Moment. Da war doch schon ein bisschen geschossen mit. Äh. Okay. Hier haben wir nix. Weder Geld noch irgendwelche lustigen Glückskekse. Okay, dafür haben wir jetzt irgendwelche Schlüssel. Für wohin? Ich hab doch gar kein Schloss gesehen. Da kommen wir wieder raus. Was wohl wieder der richtige Weg zu sein scheint. Aber ich hab keine Ahnung wo. Wo wir was hier aufsperren müssen. Da? Aha. Drumherum. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir da hinten, aber ich weiß nicht, ob das hier wirklich großartig viel drumherum ist. Wenn wir da reingucken. Nö, da geht's auch nicht rein. Ah. Okay, jetzt irgendwann hier durch die Gegend. In der Hoffnung, dass wir irgendwo eine Tür finden, die wir aufsperren können. Oh, hier haben wir noch ne Kiste vergessen. Ah, da geht's doch auch nur zurück. Huh. Huh. Jetzt sind wir wieder hier mehr oder weniger am Anfang. Kommen wir hier rein? Nee. Also keine Ahnung, wo wir hier rein müssen, damit wir hier den Weg drum rum gehen können. Waren wir hier schon drin? Ja doch. Hier standen ja die komischen Schildwachen hier rum. Ja, jetzt sind wir wirklich wieder am Anfang von dem ganzen Level. Ah. Ja, hier ging es ja auch nirgends so weiter. Ja, da ging es raus. Da ging es nicht weiter. Und hier war unser komischer Kampf. Ach, hier ist ein Schloss drauf. Oh Gott. Rumgeirre für nichts und wieder nichts. Es sind natürlich auch so viele Türen, dann übersieht man halt die ein oder andere halt. Häschen? Oh, ja, ah. Na? Ah. Wie kommen wir denn da rüber? Oh. Was? Ah. Ah. So, haben wir nicht gewettet. Mensch, ich wollte doch nur hier gucken. Na? Ah. Ah. So, das heißt, hier gibt es wieder einen Schamanen, oder? Boom, boom, boom. Was, was, was? Ach Gott, hier. 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 Oh, 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 oh Nerviges Flugzeug. Mag diese komischen Geier da nicht. So. Wo ist denn jetzt? Da hoppelte doch noch ein Hase rum. Wo ist er denn? Da. Hä? Okay, da müssen wir rein. Ich will aber erstmal hier gucken, wo wir nicht rein müssen. So, da. Nehmen wir das da mit. Oh. Da ist nix. Na, kann man noch eine Kiste übersehen. Sowas aber auch. Okidoki. Okidoki. So, jetzt noch hier gucken. Dann noch mal da hinten gucken. Aber ich glaube, hier war nix. War kein... Keine Tür oder sonst irgendwie was, was aufgegangen ist. Oder... Hier ist so ein Seiteneingang. Ok. Dann gehen wir mal hier rein. So. Hier sind Kisten. Hinter Kisten versteckt sich da immer was. Nur nicht hier. Vielleicht hier? Auch nicht. Oh, Glückskeks. Kein Weng ist eine Insel. Oha. Frag mich echt, wie viele Glückskekse hier im Spiel sind. Wir haben sowieso bestimmt etliche übersehen, weil die sehr wahrscheinlich dann auch in sämtlichen, äh, ja, Verstecken da sind, in den ganzen Geheimnissen rumliegen. Nein, da gehen wir noch nicht raus. Zuerst mal müssen wir hier alles mitnehmen. Na, warte, was? Ne. Fuck. So. Ich glaube, wir können da durch die Rooftops kommen. Okay. Wenn du das sagst. Wobei... Bin mir da nicht so sicher. Hier wäre doch ideal, wenn wieder diese komischen Geier uns da angreifen. Äh, ja. Achso, da. Oh, oh. Na? 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 Ah! Warte mal! Ah, okay. So. Ja, nach dem Kampf würde ich sagen machen wir auch wieder Schluss für die Folge. Ich loot hier noch so ein bisschen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich denke mal nicht, dass es hier großartig viel besser wird. Ich glaube es wird schlimmer bevor es besser wird. Also bis zum nächsten Mal.